Red, das haben wir diese Woche für euch. Schräg, schrill und sexy. Wir sind hinter den Kulissen der legendären Met Gala in New York. Warum die eigentliche Party auf der Toilette steigt. Außerdem. Er ist der Ex von Gigi Hadid und jetzt Amerikas begehrtester Junggeselle. Model und TV-Star Tyler Cameron verrähen seine besten Dating-Tipps. Das und noch viel mehr. Red, heute 23.25 Uhr pro 7. Untertitelung des ZDF für funk, 2017